In der Welt von Arcadia ist es Zeit der Erforschung fremder Welten angebrochen. Grüne Abenteuer hästen ihre Segen, um den grenzenlosen Himmelsgefühl nach unschilligen Schätzen zu suchen. Und dort, wo es Schätze gibt, gibt es natürlich auch Luftpiraten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Aufnahmeversuch. Nein, also eigentlich ist es die Aufnahme von Scars of Arcadia Legends, der RPG-Perle des Dreamcasts. Und ja, das ist jetzt das Remake für die Nintendo Gamecube. Während jetzt das Intro so fröhlich vor sich hin im Hintergrund läuft, labere ich mal ein bisschen drüber. Das Spiel ist 2000 auf dem Dreamcasts erschienen. Hat damals Bestbewertungen gekriegt und ist zwei Jahre später auf dem Nintendo Gamecube unter dem Titel Scars of Arcadia Legends ebenfalls nochmal erschienen. Hat zwar keine Superbestnoten mehr bekommen, aber nichtsdestotrotz ist es ein RPG-Spiel von höchstem Maße auf jeden Fall. Ja, ich lasse jetzt das Intro einfach nochmal ein bisschen durchlaufen. Da bekommt man schon mal so ein bisschen Eindruck von der Welt, Arcadia und was für großartige Musik eigentlich in diesem Projekt benutzt wird. Und es könnte sein, dass es kurz lag. Nein, doch nicht. Okay, ich habe nämlich jetzt immer Fullscreen umgestellt für mich und ja, ich bin wow. Es wird ein 100% Run und ich werde das Ganze ein bisschen professioneller angehen als bei meinem ersten Durchlauf. Es werden Informationen über Monster, Schätze und alles, was man braucht, um die 100% in diesem Spiel zu knacken. Das heißt, ja, ich werde alle Schätze, alle Entdeckungen, ich werde eigentlich alles machen in diesem Spiel. Also, ja, freut euch drauf, ich werde vielleicht nur nicht bis zum Höchstlevel trainieren, das weiß ich noch nicht. Jo, ja, das war das Intro. Würde ich sagen, fangen wir gleich mal ein neues Spiel an. Und ich habe das Gefühl, dass meine Ohren gleich groß gebämmst werden von dem Sound. Aber stört mich nicht, ich liebe diese Musik. Äh, nein, die soll deaktiviert werden. Die Rumble-Funktion wurde deaktiviert. Sie kann jederzeit wieder ein- und ausgestellt werden. Ja, also, äh, die Nintendo Gamecube noch mit dem Rumble- Ne, nein, danke. Also, wir sehen einen Mond. Wie wir im Intro gesehen haben, gibt es mehrere davon. Ja, ähm, jetzt kommt das erste, die erste Cutscene. Wir sehen hier Alphonsos Flaggschiff. Allein schon die Musik erklärt uns, dieses Schiff ist gefährlich. Ja. Ja, ähm, das soll auch gleich verdeutlichen, dass wir fliegen. Wir haben überall Luftschiffe, also... Deswegen eigentlich auch Skys of Arcadia und nicht Oceans oder Seas of Arcadia. Ja, und, ähm, da gehen wir jetzt gleich auch mal in Alphonsos Flaggschiff rein. Flaggschiff? Äh, Flaggschiff. Ja, ha, 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 da ist sie endlich. Admiral Davonso, ihr Schiff ist in Reichweite unserer Kanonen. Hervorragend. Feuern Sie auf meinem Befehl der Schütterungsgranaten. Aber vermeiden Sie, ihr Schiff direkt zu kreffen. Wir brauchen sie lebendig, um sie zu... ...befragen. Feuer. Ja, wir werden hier gleich in die Story reingeworfen. Also, es geht gleich mit Kanonen los. Also, wow. Haha. Äh, wir wissen überhaupt nicht, was da abgeht. Wir sehen nur ein Mädchen, das etwas extravagant gekleidet ist. In einem ebenfalls exotischen, äh, Luftschiff. Und, ja, ähm, das Flaggschiff, was da so vorbeigeflogen kommt. Puh, ja, ähm, also... Man gewöhnt sich irgendwann daran, wenn man in RPGs spielt, dass man einfach in die Story reingeschmissen wird. Oh, ist das laut. Oh, ich mach das mal eben leiser. Ah. So. Okay. Eure Exzellenz, das Mädchen ist bewusstlos, aber sie ist nicht verletzt. Sie wurde an Bord unseres Schiffes gebracht. Ha, die Kalterin wird sehr zufrieden mit mir sein. Ich werde sicher belohnt. Nicht zu knapp, denke ich. In der Stelle will ich mir eben erwähnen, Alfonso ist, äh, wie man ihn vielleicht ansieht, nicht nur Admiral. Also, dass er Admiral ist, sag ich jetzt einfach mal. Er ist Kommandant dieses Flaggschiffs. Sondern er kommt auch aus dem Adel. Und daher ist ein gewisser Egoismus in seinem Charakter veranmerkt. Die restlichen Charaktere, die hier gerade zu sehen sind, der Vizekaptain und die beiden vorderen, nennen wir mal, äh, Soldaten, ähm, sind einfach nur irgendwelche nicht ganz so wichtigen Charaktere. Alle wichtigen Charaktere, die im Spiel haben Namen, wie auch in allen anderen RPGs. Aber weiter. Das? Woher kam das? Es hörte sich an wie eine Explosion. Oh, Entschuldigung, verschworte ich egal. Sofort ein Lagerbericht! Der, der unter Rumpf wurde getroffen. Jemand greift uns an! Ja? Greift uns an? Wer würde es wagen, ein Schiff der kaiserlichen Armada anzugreifen? Es ist ein kleines Schiff, das sich in den Wolken auf Backbordseite versteckt. Diese Flagge! Luftpiraten! Ja, und gleich Auftritt von unserer Wenigkeiten. Wir spielen weiß, den 17-jährigen Luftpiraten, der noch unter der Flagge seines Vaters fliegt und ausbeutet. Luftpiraten, des Übrigen geht da gerade dieses Schiffchen von dem einen Mädchen unter. Ähm, ja, das ist, ähm, wie man vielleicht so aus Fernsehen kennt, wie Piraten so eben ein Schiff entern, nur eben ohne Wasser. Ha, ich find's grand, also ich mag, jetzt kommt ein interessanter Sprung. Dieser junge Herr namens Weiß traut sich da ganz schön was. Luftpiratengesündel, wisst ihr nicht, dass wir Soldaten der kaiserlichen Armada von Valor sind? Und, natürlich weiß ich das, deshalb haben wir euer Schiff angegriffen. Ihr Typen habt das beste Zeugs. Ja, und spot on! Ich bin meist von den Blue Roots und ein paar Minuten werden wir euch all eurer Wertsachen entledigen. Was Blue Roots sind, das wird uns sogar nachher noch erklärt. Das lasse ich dann, äh, Weiß und Eika, jetzt hab ich gespoilert, übernehmen, denn wir sind nicht alleine. Ja, das fragt der Soldat gerade, genau, ich hab's gerade verantwortet, Soldat. Hey, ihr greift uns ganz alleine an, dann seid ihr unheimlich mutig oder unheimlich dumm. Wir werchen euch über Bord. Wapp, hat er die gesiezt? Egal, ähm, warte auf mich. Genau, da ist Eika, unsere beste Freundin. Weiß, du bist einfach ohne mich weg. Ich lasse nicht zu, dass du den ganzen Spaß für dich alleine hast. Oh, hi. Äh, ich bin Eika, ich bin eine Blue Roots, wie weiß, und wir sind dabei, euch auszurauben. Ähm, ihr habt die Dreißigkeit, euch über das Valoran Empire lustig zu machen, tötet sie und werft ihre Leichen über Bord. Ja, kommen wir auch gleich zum Kampfsystem. Ähm, bevor ich das Kampfsystem erkläre, äh, lasst mir eben einmal kurz alles auftauchen. Wir haben hier die Ehre, gegen Ferratus zu kämpfen. Ferratus. Im Englischen heißen sie Soldier. Ja. Haben, äh, 55 HP. Ähm, eine, äh, ihre Farbe ist gelb, wie man oben rechts in der Umrandung sieht, und ihre Schwäche ist eigentlich Silber. Wie man aber, so, haben wir leider nicht. Aber, so, kommen wir zum Kampfmenü. Ein, äh, rundenbasiertes Kampfsystem. Ich hab jetzt leider nicht rausgesucht, wie es heißt. Ich werd es nachtragen irgendwann. Ähm, und zwar legt jeder Charakter am Anfang der Runde seine Züge fest und, äh, seine, ähm, Aktionen fest. Und das wird dann im, äh, im, äh, in, anhand der Initiative wird dann bestimmt, äh, wer als erstes dran ist. Es gibt wie gewohnt Normalangriff, Critical, äh, Treffer und so weiter. Ja, klären wir von oben nach unten. Rennen wäre, wenn wir in einem, äh, optionalen Kampf sind, dass wir flüchten können. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu flüchten, da das den Ruf des Luftpiraten senkt und so gegebenenfalls verhindert, dass man 100% spielen kann. Ja, Objekte haben wir jetzt wirklich nur unsere Ausrüstung, äh, äh, ja, äh, ist normal. Ähm, Schutz heißt verteidigen, das heißt, man verteidigt für eine ganze Runde und der, äh, die Möglichkeit des Gegenangriffs, also des Konters ist, äh, etwas erhöht. Ja, ein normaler Angriff ist, ähm, erklärt sich, glaub ich, selbst. Ein Superzug ist ein, ähm, Spezialangriff. Er kostet sogenannte SP-Punkte, äh, wie man vielleicht hier jetzt nicht sehen kann, kostet ein Schwerterwirbel sieben. Wie wir oben aber in der SP-Leiste gerade sehen, haben wir nur zwei von acht. Äh, ich komm gleich nur auf die SP-Leiste zu sprechen. Magie ist, äh, gewohnt, äh, Magieangriffe. Wir haben keinerlei Magie momentan mit Weiß, mit Aika, sobald ich weiß, auch nicht. Guck mal eben nach, ähm, ne, Aika hat auch keine Magie, äh, Magie kostet sowohl einen Magic Point, was unter dem Namen, äh, rechts vom Level steht. Und, ja. Und Fokus heißt, dass wir unsere, ähm, SP-Leiste auffüllen. Äh, wir müssen nicht unbedingt Fokus machen, denn jeder Charakter, äh, der am Kampf aktiv teilnimmt, äh, sorgt dafür, dass automatisch Anfang jeder Runde, äh, seinen Spillen, Spirit, Wired, dazugerechnet wird. Weiß und Aika haben jetzt jeweils einen, das heißt, mit dem Fokus würden sie auch nur einen Punkt draufgeben und oben würde dann jede Runde zwei dazukommen. Ja, und, ähm, dann gibt's noch das Farbsystem, also das heißt, das Elementsystem. Äh, unsere Gegner haben gelb, wir haben die Ausdauer zwischen Rot und Grün. Die Farbe der Waffe beeinflusst auch, welche Magie wir lernen. Und ich glaub, ich hab jetzt genug erklärt, ich denke mal, das erklärt sich von selbst. Ähm, wir haben zwei Gegner, ähm, wir schmeißen auch gleich mal unsere Angriffe drauf. Ja, ähm, wenn, ja, das Klasse weiß, dass du gerade ein Critical machst, super, dann hat sich das schon mal erledigt. Ja, der Gegner darf natürlich auch angreifen. Ja, und wenn wir gedefft hätten, hätte sie ungefähr wohl nur die Hälfte an Schaden genommen. Ja, komm, schlag drauf. 44, weiß, kürtet die fast von alleine. Genau, weiß, das war wirklich leicht. Oh, hier sehen wir Erfahrung, äh, drei Stück bekommen und jetzt kriegen wir Magie-Erfahrung für jegliche Waffenfarben, die wir im Kampf bis zum Ende, glaub ich, benutzt haben. Ja. Hm. Und jedes Mal, wenn man ein Magie-Level aufsteigt, lernt man natürlich ein Level, äh, eine Magie. Ähm, es hat keinen Zweck, sich uns zu widersetzen. Werft eure Waffen weg und übergebt euer Schiff. Dummköpfe. Was glaubt ihr beiden wohl, gegen uns fünf ausrichten zu können? Und jetzt seh euch. Ja, ich liebe diese Szene. Ah, blub. Ich glaube, du hast dich verzählt. Ich seh nur vier von euch. Dad! Wir kümmern uns um die Typen. Schlagt euch zur Brücke durch und stellt die Motoren ab. Und vergisst nicht, ihr draußen ist Captain, nicht Dad. Verstanden? Okay, ja, 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 Captain. Hey, Icarp, wollen wir uns mal den Captain dieses Schiffs vorstellen? Man immer nur willst. Gut, lass uns die Brücke suchen. Ah, ja. Entschuldigung, ich bin's auch gewohnt, da sagt es ist What's Go ganz oft im Spiel noch. Und wow, ich mag den Sprecher von Weiß. Er sagt nicht viel, aber ich mag ihn. So, kommen wir zur 100% Challenge in diesem Spiel. Abgesehen davon, dass ich nicht die ganze Zeit abhauen darf, gilt es auch alle Truhen zu finden. Es gibt Truhen, die sind wirklich einmalig. Das heißt, diese Gegend kann man nur einmal betreten und Alphonsus Flagschiff fällt darunter. Hier gibt es vier Schatztruhen. Ich werde jetzt noch einblenden, was im jeweiligen Jahr drin ist. Es gibt keine Sidequests hier zu erledigen, weil wir sind am Anfang des Spiels. Und hier finden wir gleich erstmal einen Sakri-Kristall. Ja, Sakri. Ich hab jetzt leider keine Magie zu auswählen, das zu erklären. Die Magie unterteilt sich eben die sechs Elemente. War noch sechs, oder? Äh, ich zähl mal eben nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Sechs Elemente. Grün ist Heilung und Gift. Rot ist Feuer. Blau ist Wasser und Luft. Gelb ist Elektro. Ähm. Popo ist Eis und Silber ist... Lasst mich kurz überlegen. Das ist eigentlich die Macht des Nichts und entspricht somit der Erschaffung des Lebens und des Nebens des Lebens. Es ist so, ähm... Das werden wir dann alles sehen, wenn wir so Zauber gelernt haben oder wenn uns irgendwelche Gegner mit solchen Zaubern begegnen. Also dann, sieh mal an, die Luftpiraten wollen mein Schiff besuchen. Ich bin Afonso, der geliebte Sohn von Valuas angesehenster Familie und Admiral der kaiserlichen Armada. Äh. Oh, hallo. Normalerweise wird Halunken für euch nie der Genuss zuteil, solcher Größe zu begegnen. Schätzt euch glücklich darüber. Äh, ja, sicher. Wer ist das Mädchen? Ich hätte nie gedacht, dass sich jemand deines Kalibers auf Entführung hineinlässt. Ha! Für einen Blue Rush ist gar nicht so dumm. Ich kann dir doch nicht meine Zeit mit dir verschwenden. Ich muss jetzt los. Ich denke, ich werde euch euch austrotten lassen. Wie ist es nicht für ungezichtbar, wie ihr euch gehört? Weg mit ihnen. Entschuldigung, ich habe über seinen Sprecher gesprochen. Oh. Ja, jetzt bekommen wir es mit einer anderen Sorte von Gegnern zu tun. Mehr wird es hier auch nicht geben. Und zwar heißen sie in dieser Version Praesis, glaube ich. Oder Praesis. Äh, ich glaube aber, wie sie heißen Praesis. In der englischen Version hießen sie noch Guard, also Wächter. Haben 30 HP. Eine, äh, ebenfalls, äh, Gabe, also dieselbe Schwäche Silber. Wir können sie nicht ausnutzen. Ja, ähm, fangen wir auch gleich mal an, sie kaputt zu hauen. Sehr viel wird man hier in diesen ersten Kämpfen nicht machen. An Bord von Afonso's Ship gibt es tatsächlich nur zwei Random Gegner. Genau, das sind einmal, äh, die Praesis und die, ach, ich nehme die englischen Namen. Ähm, die Soldiers und die Gods, ähm, mehr wird es hier nicht geben. Wie man vielleicht merkt, sind die, ähm, Praesis, äh, ein ganzes Stück schwächer. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die auf diese Übersetzung kamen. Ähm, also Zufallskämpfe gegen Gegner, die wir schon kennen, werden rausgeschnitten von mir. Die sind völlig uninteressant, wenn wir tausendmal einen und denselben Kampf so gesehen sehen würden. Ja, und es gibt neben dem Bodenkampf, den wir jetzt erleben, sogar noch später einen anderen Kampf, die, ich würde mal sagen, interessant ist, aber sich sehr zieht. Ich überlege noch, wie ich das interessanter mache für ein Let's Play. Ja, gut, wir lernen gleich hier mal Level ab. Maximal HP ab, Kraft, Mut und Vitalität ab, Schnelligkeit ab. Also, und ja, äh, Eika lernt auch so gleich Sakri. Das tut sie storybedingt schlichten einfach. Ähm, ja. Jetzt gilt es eben, die restlichen Schatztruhen hier zu finden. Das da vorne ist die zweite. Sakri, danke. Jetzt muss ich kurz mal legen. Ähm, wo war denn die andere? Uh, ich will jetzt keinen Juppe vergessen hier. Ähm, ah, da vorne, gut. Ähm, ja. Random Kampf. Oh, äh, ich hab grad vergessen, irgendwas zu sagen. Entschuldigung. Was? Wie habt ihr meine Soldaten besiegt? Hey, äh, wenn ihr mein Schiff unbedingt wollten, könnt ihr es haben und nicht holen wir ein anderes. Äh, ich habe viel zu tun. Ich habe keine Zeit, mich persönlich mit euch zu bepassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt. Nein, 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 einfach, nein, einfach, 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 wöööö. Ah, jetzt haut er einfach ab. Egal. Ja, unser Ziel ist nicht, ihm sofort zu folgen, sondern diese Schatztour dahin geht. Yay. Äh, was ich sagen wollte, äh, was vielleicht noch fehlt. Und zwar, im Gegensatz zum Original Dreamcast Version ist der Random Accounter runtergestellt worden. Es erscheinen weniger, äh, wilde Pokémon, ähm, freie Kämpfe. Also, wie ich sagen wollte, es erscheinen weniger wilde Kämpfe, äh, ähm, optionale Kämpfe als im regulären. Ja, wir haben da einen Speicherpunkt. Ich werde mir aber eben erstmal die Truhe schnappen. Ähm, und hier, erst mal kurz, kommen wir erstmal nochmal hier zum, ähm, Startmenü. Eben schnell erklärt, äh, hier werden alle Charakter und später auch nochmal das Schiff aufgeführt. Hier können wir sowohl unsere ganzen, äh, Stati, als auch, ähm, Ausrüstung und Nächsterfahrung und so weiter. Hier kann man eigentlich alles nachgucken. Ähm, es gibt noch ein Tagebuch, äh, das dürfte aber noch nichts drinstehen, ja. Ähm, ähm. Ähm, wir nutzen eben einmal schnell mit Alka-Magie. Ähm, denn es gibt keine Spirit-Points, die wir verschwenden könnten außerhalb des Kampfes. Und heilen eben mal kurz beide schnell auf. Wir nutzen auch gleich direkt das gefundene Magic Drop-It, um Alkas MP wieder aufzuladen. Es ist absolute Beschwendung, ich weiß, aber ich tue es einfach und speichere die auch gleich mal ab. Jetzt muss ich eben gucken, ist es hier mein... Ähm, ja, hier unten ist es direkt. No, hier ist mein Speicherstand. Gut, ähm, ich würde sagen, das reicht auch für Part 1. Als nächstes, ja, kommt es dann gleich auch schon zum ersten Endboss. Aber das reicht deshalb für diese Aufnahme. Also. Ciao.